hallo und herzlich willkommen zu euch voll und was noch mal mehr zum starten wie es scheint ich hab noch ein spawner übrigens das war ein zombie hört man das nicht Ich habe geheimen Rhythans Schlau So 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 Boop Boop Ha Geil Cool 1000 Zombies in ein Loch, Creeper geht hoch, alle tot Geil Oder? Ja Hier war das ein Skelett, vorne in der Hölle wird automatisch ein Wetter Ja Dann muss man da mal auf Stream 1 hinbauen Oder? Ja Ich habe da nie auf Feuer und habe da nie auf Stream 1 hinbauen Oh! Du denkst nur, wie gerne ich jetzt Kumo seinen Texture Pack benutzen würde. Aber dadurch, dass es ja auch bloß ein zusammengeklautes Texture Pack ist, also aus so vielen Teilen wie halt das, was er halt persönlich von bestimmten Texture Packs geil fand, hat er ja übernommen, kann ich es leider nicht nutzen, weil es leider nicht Kumo sein Eigenpunkt ist. Eigentlich schon doof, oder? Ich bin nur für eine private Brauchung gebraucht. Ja, obwohl es richtig geil aussieht. Naja... Vielleicht habe ich es Kumo zu überreden, oder wenn du meine Lizenz nicht holt, oder so. Dann kann ich es hier gerne mal präsentieren. Aus lange, wie es nicht so ist, ist es leider Gottes Nein. Das ist zwar schade ist. Aber egal. So. Fußboden ist fertig. Meine nächste Spitze hat er schon wieder fast im Arsch. So. So sieht der Fußboden von unten aus. Guck mal. Guck doch mal kurz bei mir auf den Schirm. Ich weiß nicht. Du hast das doch relativ schnell mit dir bastelt. Das ist gut. Ich habe ihn dann gefunden. Da haben wir Creeper und eine Spinner unter uns. Ich habe das richtig gut gemacht. 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 Oh nein. Die Farbe. Hier ist das richtig. Einmal. Hä? Wo bist du? Guck mal, welche auch auf dem Berg. Hä? Wo bist du? Ach so, wahrscheinlich. Ich wollte ja gerade zeigen, wo die irgendwo ist. Ich wollte ja gerade zeigen, wo die irgendwo ist. Er hat mir doch zu viel gekriegt. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Du bist jetzt? Ich glaube, unsere Gatscheln sind nicht noch mit Kuckkopf. Möge jetzt noch mit Kuckkopf! Ich habe unsere Gatscheln nicht noch mit Kuckkopf gewollt. Ehh das ist doch nicht! Was denn? Ich habe schon wieder so eine blöde Behutsamkeit Spitzhacke gekriegt. Vielleicht sollte ich es mal machen. Ich habe so mein Pech damit. Irgendwie ohne, wenn du Level nicht Level 3 spielst. Oh ich krieg doch also schonmal weiß. Oh du besimmst die Ärzte jetzt mal aus den Augen. Wir können das klappen mit Level 30. Ja gut, eigentlich nicht ganz. Was denn da so eine Scheiße? Welches bjornlose Stilett hat sich das ausgedacht? Ich wollte gerade sagen GamerPen, aber du hast es schon erwähnt. Ich werde damit jetzt einfach nicht saufen kann. Voll krass. Oh. Oh stimmt. Es rutscht gleich wie ein Zahnfleisch die Klappe unter. Danke. Du musst dich schon mal aufhören. Danke. Komm mal wieder. Ich habe ein bisschen geblasen. Du hast es los. Es ist los. Zahm, du hast jemanden drin. Oh Mann! Warte mal wieder so ein bisschen schöner Ablauch. Ja, was? Wie normal. Es ist kein Ablauch. Du hast doch den, den ich immer gemacht habe. Dafür müssten wir alles da machen. Ich weiß es, was ich gerade in 500 Euro da. Und was kann ich auch schon sagen. Du hast es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Doch, wenn ich mich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Boah, ich krieg eh du viel. Ja. Die versuchen ja gerade mit aller Macht eine Kuschel zu kriegen. Bei mir setzen sie sich auf die Nase. Ja, das Problem war ja auch die ganze Zeit. Und ihr schwitzt aber halt noch wie eine Sau. Das zieht die natürlich nochmal extra schön an. Die Ohrs werden übrigens fertig. Cool. Boah. Noch 3, 2, 1. Äh. Die Drecksau. Ich dachte nicht mal da oben. Scheiße. 24, 25, 25. Ja, ganz einfach. Ja, du standst zu nah an mir, Schatz. Ach so. Äh. Also gleich noch so. Warum machst du es denn nicht, glaube ich? Verzauere Bücher, Mann. Ja, da brauchst du trotzdem auch Levitreis. Ja. Und außerdem kriegt man da auch für Rüstung Zeug. Ja, ich will nicht. Möchte aber nicht besser mit Hortschen. Und meinen. Ich denke mal an der Farbe fürs Dach aus. Ist die mal ein bisschen? Nein, ich meine sicher für das Zwischendausch. Ist das richtig? Ich denke. Alcatia Steps? No. Selbst ich mache es aber so, dass man das von oben nicht mehr sieht, dass das Steps nur von unten. No? Okay. Warte. Du tust dir oft die oberste Hälfte, meinst du? Genau. Und sass doch. Okay, du raps. Bin gespät, aber du raps. Bye-bye. 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 Du hast das erste Stück zur Safe Zone ist ab. Okay. Dann machen wir das jetzt nochmal ganz schnell, ganz schlau. So es rüber gehen, dann machen wir jetzt so. So. Dann nehmen wir mal ein paar wieder weg. Die nehmen wir erstmal weg. So, 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 so. So, so. So, so. So. So rüber gehen. So. So. So, so. So. So, so, so. So. So, so. Wir sind aber noch bei 13 Minuten, krass wie Zeit. Und was? Mit den Scheißfliegen. Ach so. Wir besperren uns fast schon seit... Boah, seit der ersten Folge, Faktasie, hab ich ja auch noch über die Fliegen. Na wohl, herrlich ein bisschen. Wieder Enderager. Da hab ich mit den Fünfererbücher gefasst. Kommt ganz dazu, diese Klinge. Das wäre eigentlich wieder nur mit Fliegen. Jagen, bis jetzt die ich da nicht alles mit dem Zocken. Boah, ich schwitz mir voll einer ab hier. Wally, wir wieder rauskommen. Wollen wir mal auch da? Wollen wir? Wollen wir mal rast Cheg. Wollen wir mal rast dich? Wollen wir mal rast dich. blöde bürgerkeit tischte ich zu mir halt auch nach sowieso fast niedergegangen hast du von unteren war die hast du gebracht also wir haben hier in der kiste jetzt noch drei stier Aber nicht, wenn das mit meiner Spitzhackenverzauberung immer noch so scheiße läuft. Siehst du schon, komm, nächstes Mal die reinkam, das ist die Gefahr. Was suchst du eigentlich? Was suchst du eigentlich heute? Ja, der Stenner. Da sind auch welche drin, oder? Stenner? Ja. Da ist alles mehr dann. Soll ich das und das. Und dann raus. 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 rein. Abschaffung. Abschaffung. Aber da ist davonung. Ich habe mich verpasst. Ah, ich habe mich verpasst. Ich habe mich verpasst. Oh, ist das denn noch? Fünf Weinerad abgestockt. Boah, also im Gerüst bau werde ich nicht. 30 Minuten ausgenommen. taped in glaube ich, wir haben 20 N charged groomsle zu kommen. балgerien aber so war im Gerüst, ja raft ist Jetzt mit der Maske. Mit halbem geht das scheiße für Kunden. Zumindest auf meiner Art, so wie ich das jetzt immer noch. Ich hab bei der Person eingefügt. Das ist ein Häschen. Ja, das habe ich vergessen. Ich hab noch mehr. Ich glaube ich hab das noch mehr. Ich hab hier nur noch mehr. So. 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 Oh! So. 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 Das ist so cool, man. Okay. Stop. Du kennst die Bau-Methode, dass ich gerade baue. Du hast noch einen Rekord zu nehmen, aber du hast einen Rekord. Das war's. I'll raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through Oh, ja, da Mm-hmm 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 Eh? Tränen aus der Art Erhaltet nun die Idee, wenn ihr euren Freunden Geschenke schickt Cool Ich will mal Sommer werden, ja al去了, ja, da Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis später Ciao 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 Ciao